Hallo und herzlich willkommen im Daniel-Chicker-Undorf. Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, hallo, ja, ich würde gerne mehr machen bei dem nächsten Undorf. Okay, dann müssen Sie aber drei Sachen erst noch erledigen. Na gut, und die wären... Erstens, gehen Sie zum Hausmeister und holen Sie die VIP-Schlüssel ab. Okay, warten Sie. Gut. So, das erste ist erledigt. Zweitens, holen Sie mir einen Kaffee bei McDonald's. Okay, aber wo ist der McDonald's? Der ist links um die Ecke. Danke, dann gehe ich mal schnell den Kaffee holen. Ah, da sind Sie ja wieder. Ja, aber Achtung, der ist heiß. Was muss ich jetzt machen? Drittens, besorgen Sie es mir sofort, Sie geile Sau. Oh, na, das gefällt mir, das werde ich machen, Sie kleiner Huso. Oh, dann mal los. Oh ja, richtig so, Sie kleine Ameise. Oh ja, du luder, fick schneller. Mach ich doch schon die Schwein. Oh mein Gott, Sie sind ja richtig gut schneller. Wie Sie wünschen, schneller. Ja, mein Geil, ich spritz dich ab, du geile Schlampe. Oh ja, mein Fiexe in meine Fresse, darauf stehe ich. Oh ja, das ist geil, meine Fiexe ist überall in deiner Fresse. Oh, das ist geiler, als ich dachte, jetzt hole ich dir einen runter. Und ich finger dir einen, du verficktes Girl. Okay, das reicht, danke für alles. Kein Problem, Baby, ruf mich mal wieder an. Werd ich mache, Baby. Dieses Video ist von Danny, für Popo Schoko TV, YouTube. Ende.